Sehr viel Holz haben wir noch. Also ich bin gerade zu... Ja. Und er stirbt. Na toll. Was passiert eigentlich, wenn die MPTs sterben? Kommt der Neue oder ist er denn... Wechsel immer. Und da hat's geleckt. Ja, super. Warum auch immer. Ich versteh's nicht. Ich glaube, man rechnet das einfach zu schlecht. Was soll's. Äh... Also meine Orientierungssinn ist ehrlich... Wow. So, dann bauen wir das eben nochmal ab. Äh, ja. Mit ner Axt natürlich. Nicht mit ner Spitzhacke. Verdammte Scheiße. Ich feil hier ja in einer Tour. Ist noch schlimmer als wie ich eigentlich das tue. Tuten. Tun. Egal. Fällen wir eben noch die Bäume. Und töten den Hasen. Das heißt, wenn er jetzt auch nutzen wird. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Dafür kann ich ins nächste Mal. Dann übernehme ich nicht die Verantwortung. Juhu. Wir fällen Holz. Mit dem Iroschnitt. Das ist schön. Schade, ich würd mit meinen Haaren am liebsten die Bäume fällen. Da müsste es auch viel schneller gehen. Theoretisch. Nicht. Okay, da kam er wahrscheinlich jetzt auch nicht so gut. Ah, ich bin halt nicht der Begabte. Reed. Naja. Irgendwie war das aber in der Testaufnahme. Alles irgendwie ein bisschen spannender als wie jetzt das hier. Da hatten wir gleich hohe Bäume. Konnten schnell Holz fällen. Hatten sofort irgendwie alles mögliche gefunden. Von A bis Z. Und, äh, ja. Ich hatte das Gefühl, dass die das spülen drei Minuten durchrasch. So ungefähr. Aber was sollt's? Was sollt's? Das werden wir schon hier überleben. So, letzter Baum. Ich würd sagen, dann reicht es. Dann pflanzen wir hier eben schnell nochmal neue. Ja, auch Duolz. Äh, und dann, ja. Lass mich in Ruhe. Lass mich doch in Ruhe. Geh weg. So. Jetzt will ich krachen. Stirb. Meine Zielgenauigkeit ist auch gleich null. Ich will dich noch haben. Ja. 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 So. Okay, damit dürften wir jetzt ein paar Lampen haben. Glaube ich. Hoffe ich. Tut und tu ich. Biet dich. Drum. Einfach. Ist das nicht ein hübsches Haus. Ich mach da oben noch zwei Fückeln hin. Ah, ich weiß, welche Fückeln ich hinmach. Warte mal. Oh, da war ein Vogel. Äh. Nein. 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 Genau. Nein. Da. Zweimal bitte. Können wir das Ganze doch gleich schon ein bisschen verschönern hier schon. Nein, das war jetzt die falsche Teil. Ach ja, da drinnen sollten vielleicht auch mal Lampen aufgestellt werden. So, Tyro wird jetzt geschlossen. Fertig. Jetzt können die Zombies kommen. Soll der doch da draußen verrecken. Er ist sowieso der Unnützste von allen. Ach ja, den sollte ich auch mal aufbauen. Na. Oh, nicht auf. Ich brauch auf jeden Fall nochmal zwei Stühle für oben. Ich brauch nochmal zwei Tische für oben. So. Äh, und was brauch ich noch? Eine Tür. Und ich brauch Fackeln. Fuck, wie wir fackeln. Na, grad, die Welt ist es ja auch nicht. 30, 31. AAH, ein fliegendes Auge. Ah, du kriegst mich nicht. Ah, du bist zu dumm. Ah, ich lach dich aber was. Ah, der Zombie ist dumm. Okay, ist... Ich bin nämlich hier wie die letzte Sau. Okay. Ich stelle mich einmal da entwischen. Einmal da entwischen. Äh, ein Stuhl. Ah, das sind Tische. Heilige Granate. Jetzt verwechsel ich Tisch und Stuhl. Ah, super. Kann aber was werden hier. Und ich glaub, ich... Ne, warte. Und kann noch jetzt... Jetzt müsste es gehen. Ich bitte nur einmal. Äh... Äh... Ja, genau. Ah, damit können wir in den Armbus schon bauen. Können. Äh... Geil... Und ich frag mich, ob das überhaupt geht. Also können die das. Hier, kristin vergehen. Aha. Geil. Ja, und ich wollte noch Glas noch. Weil ich kann ja hier gleich zu Hause verschöner. Langsam nervt mich. Ich mach jetzt mal auf Risiko. Kommt rein. Meine lieben Nachbarn. Stirbt, Alter. Vielleicht sollte ich mein Schwert benutzen. Anstatt wie... Ja, los, 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 raus hier. Mein Haus. Ich wollte euch begrüßen, aber nicht, dass ihr hier gleich einprägt. Ja. Ah. Stirbt, die Augen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Lass mich in Ruhe. Ihr mit euren fetten Händedruck. Tolle Nachbarn hab ich hier. Ich bin der Meister. Juhu. Beschwörungsritual. Kerzen sind alle da. Ich beschwöre... Die Sonne, komm wieder. Hab Angst im Dunkeln. Und ich höre Zombies. Die irgendwie sterben. Ach ja, jetzt weiß ich wieder, was ich wollte. Ich wollte Glas machen. Ich habe mir sehr viel Glas gemacht. Und jetzt mache ich mir noch mehr Glas. Juhu. Äh, das heißt, ich kann doch theoretisch. Ja. 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 Es sieht aus als Klaas, naja, egal. Will ich daneben auch, will ich daneben auch. Wenn wir schon dabei sind, das Haus so zu verhübschen, äh, verschönern, dann... ...will ich's auch richtig machen. Okay. Äh, was mach ich hier? Ah! Raufgeschissen auf Symmetrie und den ganzen Kram. Ich mach jetzt ein großes Fenster rein. Aber ich brauche... ...das noch mal. Ach, und ich muss gleich mal unten den Arm... Boah, das hat keiner einiges. Eigentlich mal ein ganz großes Fenster rein.